Musik 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 Jetzt reich ich auf die Hilds Uuuuhuu Hohoho die Delle hinten Freundchen Woll ich jetzt? Okay, gar nix Auto anhalten, das ist eine Fahrzeugkontrolle Der bleibt ja wirklich stehen Und ob der weiter fährt Okay Der sollt fahren Okay, brauche ich nicht Ich weiß ja, aber ich fahre aus Halten Sie Ihren Wagen an Das ist eine Fahrzeugkontrolle Sofort das Auto anhalten Okay, okay 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 Einmal bitte die Fahrzeugpapiere Fahrzeugpapiere, Führerschein etc Äh Okay Aha Ah ne Sie müssen aus dem Auto raus Ah bitte Dankeschön So Naja Sie wollen weglaufen Sie wollen weglaufen Herr Verdächtiger Sie haben wohl etwas zu viel getrunken Hab ich in den Eintrunk So Jetzt überlegen Sie sich's zweimal Okay So Das kommt davon, wenn man zu viel trinkt Kai Wo sind wir jetzt hin? Da läuft er Denken Sie ich krieg sie nicht Kai? Denken Sie ich krieg sie nicht Kai? Denken Sie ich krieg sie nicht oder was? Ja genau, fall nochmal hin Sie sind vorläufig Alter So Sie sind verdächtigt Etwas gedrunken zu haben Etwas zu viel äh Links zu Der steigt Der steht auf Wie liegt gerade noch mal hin Wie das aussieht Ist der K.O.? Der ist K.O. Alter ich hab gar nichts gemacht Ich hab hier nochmal rumgerannt Der ist K.O. Der fuck alter wie das aussieht 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 Das ist ein K.O. Der hat sich ein K.O. Der hat sich viel getrunken Wer hat sich viel getrunken Ich hab nur zu viel getrunken Wer hat sich das aussieht Aber ich hab nur zu sagen Der ist der K.O. Der muss aus dem Verkehr gezogen werden So Das ist einfach Mein Düb Der hat sich gar nie gefunden Der hat sich zu viel getrunken Der hat sich zu viel getrunken Ja ja Klar ne Alter Ah der nächste Verdächtige Das ist eine Frage Kontrolle Bitte halten Sie mal Ihren LKW an. Einmal bitte Fahrzeugpapiere. Ah, okay. Kommen Sie mal bitte raus. So ist gut. Darf ich noch bitte Ihr Hel... äh... Alter! Achso, du rufst die Cops! Du rufst die Cops, Freundchen! Du rufst die Cops, ja? Du rufst die Cops hier? Du rufst die Cops, ja? Ah! Drecks, Kaina, warte, lass... Warte, den verfolge ich jetzt. Der kommt nicht weiter. Der kommt nicht weiter. Okay, okay, Freundchen. Achso, jetzt haben wir den Gegenverkehr weiter. Ja, sind wir hier in Russland oder was, Junge? Sind wir hier in Russland? So, Freundchen, wir hören jetzt ein LKW an, ey. Na gut, dann fahr. Meine Güte, ey. Da fährt nicht da wie Russland. Mh... Yeah, mal! Schöne Fiorette! Mal... Überschlag! Zeig, aber was ist denn das hier? Das er ausgesehen hat! Hab ich eigentlich noch Rücklicht? Da hinten? Ja, da sind die Lappe hier, ne? Ruhigfahr... äh... Also, der Scheinler verlangt, ne? Da stehen Fahrzeuge... Oh, gut. Oh, was ist denn das hier? Achso, das ist hier ein Parkplatz. Was ist das? Okay! Kommst denn weg! Ich müsste eigentlich jetzt mal ein paar Motorräder kommen. Das wäre ja lustig. Da könnte man jetzt ein Motorräder... Bula! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ey. Der Bullenwagen, ey. Oh, der war ja schon so kaputt, dass das Ding direkt kaputt jetzt. Scheidenfleis da, ey. So. Da hätte ich irgendwie die Kloppe gesehen. Wo war die denn jetzt gewesen? Da brauche ich ein Fahrzeug. Nee, ich kann nicht sterben. Nee, ich kann nicht sterben. Ja, okay. Kein Bock hier auf Klopps. Ja, hup doch nicht! Mein Gott, fahr doch, ey! Mann, ich kann nicht mein Auto hier holen, oder was? Kann man sich hier nicht mein Auto klauen, ey. Und dann direkt hupen. Alter, ey. Ja, hupen und Kops rufen, ne? Und dumme Sachen hinter ihm herwerfen. Das können die Kais, ey. Oh, hoppala. Tut mir leid, die die Party zu stören, Leute. Aber... Ich habe gehört, hier ist was... Hier steigt eine Party. Hier ist irgendwie eine... Eine KI-Party, ey. Alter, wir haben mich jetzt hier gesehen. Wir haben mich jetzt bitte gesehen. Alter, da laufen sich alle! Schau gleich noch. Erwicht! Verschädigt! Wir verschließen ja bitte hin! Boah, wie er da liegt. Henshot! Erwicht! Sei immer schon... Bleibst du liegen, Berserker! Komm her! Der fällt in den Pool! Der fällt in den Pool! Der fällt in den Pool! Kopf über! Selber! Der eine ist Kopf über den Pool gefallen! Kopf über in den Pool! Loll! Der fällt... Der liegt in den Pool! Der liegt da was auf dem Pool da! Alter, da ist der Typ, der in den Pool gefallen ist! Alter, da ist der Typ, der in den Pool gefallen ist! Komm her! Komm her! Trau dich! Komm her! Feigling! Oh Mann, ist das ein Feigling, ey! Der traut sich nicht, ey! Der hat sich nicht traut, der Kai! Ah, okay! Komm her! Komm her! Jetzt ist er wieder gelaufen! So, du Feigling! Hab ich dich, ey! Von wegen hier weglaufen! Alter, ich krieg nicht, du Feigling! Komm her! Jetzt reicht er da! Holy fuck, ey! Der gibt'n der mit Damage! Richtig, du Kai! Alter, was hat'n der für'n Scheißding, ey! Was hat'n der für'n Scheißding, ey? Was hat'n der für'n Scheißding, ey? Alter, was haben die da für'n Scheißding, ey? Was haben die da für'n Scheißding, ey? Jetzt reicht's, ey, Junge! Der hat'n der für'n Scheißding, ey! Ja, irgendwie hab' ich den dadurch, keine Ahnung, wie... Ja, wohl stepp'n der für'n MGding, ey! Mein Mensch, jetzt reicht's, ey! Komm her! Ja komm her und kämpf nicht. So, Headshots. Gesicht. Ich hab ja sehr geil. Kann doch nicht sein hier. Ah, Mann, ey. Nicht in Oasein, ey. Wo ist denn jetzt hier der Hude gefallen ist? Ja. Hat's blitiger. Ok. Da liegt noch was. 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 Ey, wieso kann ich das nicht aufsammeln? Ach. Ah, hier lag noch was. Ich hab das Gefühl, dass der Typ hier in den Pool gefallen ist. Ja, lol. Jetzt nimmt es halt so aus. Alter, aber wie hat der mich da bitte eben gekriegt, ey. Das hat der wieder so ein Shitdinger. Meine Güte hier. Oh, Mann, ey. Okay. Okay. Oh, okay. Aber schwer viele KI's. Also, die kennt man da jetzt nicht. Ich dachte, hier wäre eigentlich mehr. Ist nicht so viel gehabt. Na, okay, gut. Das ist hier wohl nicht mehr. Ui, chill vaccin los. Das war's.